Jo Freunde was geht, Whitey und herzlich willkommen zurück, LEGO Dimensions am Start und heute Freunde gehen wir in die A-Team Abenteuer Welt mit B.A. Becquets Und ich habe den noch gar nicht aufgebaut, ok ich hab den wirklich noch gar nicht aufgebaut, hab ich gar nicht mehr dran gedacht, jetzt auch wirklich nicht Aber ich habe einen Chip hier, der uns den dann verwenden lässt Der liegt eigentlich dahin, aber ist ok, wir machen das so So, dann haben wir den B.A. Van auf jeden Fall auch am Start, ja, aufbauen tue ich ihn irgendwann später dann nochmal Habe ich gar nicht mehr dran gedacht jetzt, ich denke an jedes Unboxing, aber hier dran habe ich wirklich nicht gedacht, könnt ihr euch das vorstellen, echt krass So Freunde, A-Team, los geht's, äh, Paranormaler Anfang, ne das ist ja, ne 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 Harry Potter, das A-Team, genau, Welt, das A-Team Ähm, ich habe keine Ahnung vom A-Team, ich sage es euch wirklich so wie es ist, ja, ich kenne hier Mr. T Ende, ja Also, ähm, das ist jetzt auch wirklich Neuland für mich und ich war jetzt auch wirklich, bei den anderen Sachen habe ich mir immer noch Folgen angeguckt, wie Adventure Time und so, ja Aber bei A-Team habe ich wirklich gesagt, ne ne, ich, ne Irgendwie habe ich nicht so das große Interesse dran gehabt, aber trotzdem müssen wir es ja spielen, Freunde, wir müssen es uns ja anschauen Und, ähm, jetzt suche ich erst mal das A-Team hier, wo ist er denn Da ist Adventure Time, E.T. Sonic, das sieht nach, das könnte sein, nein, Knight Rider Da, das A-Team, okay, ihr haben wird, sehr gut, alles klar Äh, jo, 28 Steine, 6 zum Aufbauen, ein Gold, ein rotes Regellose am Start, ja, Freunde, also, ähm, ist natürlich einiges zu machen hier Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall Was uns dort erwartet, ich weiß auf jeden Fall, da ist doch, glaube ich, auch so ein Weißhaariger, auch so ein Grauhariger Ist da auf jeden Fall auch Aber ich weiß nicht, wie der heißt, tut mir leid, ehrlich Wäre mein Vater jetzt noch da, hätte ich gesagt, komm Daddy, ne, abranieren, ne, auf den Meter, wir machen das zusammen hier Weil der hat das geglotzt wie nix, ne Start- und Landebahn Ja Ist doch schon mal, ach, guck mal hier Äh, 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 äh Äh, äh Wie gut, dass ich ein fliegendes Fahrzeug hier habe Ich hoffe, dass das das kann, ich hoffe, dass das das kann Ja, es kann es, ja Aber wohin müssen wir jetzt reinstecken Ach, hier Mein Gott, vier Stück Krass, da vorne ist auch noch einer Da vorne ist einer Wie steht es um diese Energiezellen? Okay So Hier haben wir Nummer zwei Unten war Nummer drei Einer fehlt da noch, den suchen wir dann nochmal direkt Wir schauen uns jetzt gleich aber erst einmal um hier Ja, also bevor wir jetzt, ähm Wir brauchen dann auch noch zwei, fünf Krass Wir haben keine dieser ausgefeilten Flugzeuge mit Ladehaken mehr Und für alles andere sind die zu schwer So, hier ist nur einer Mehr sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht Wo sind die anderen? Das ist die Frage Okay, der Turm ist recht hoch, muss ich sagen Hier liegt einer Juhu So, und dann brauchen wir noch einen Da ist ein Flugzeug Landet das? Nö Das landet nicht Das ist einfach nur da Nein Ha, ha Stopp 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 Hinterher, hinterher Hinterher verzaubert das Auto So So Einer noch Wo krieg ich denn her? Wo ist der? Vielleicht hier unten? Da nicht Da ist er Da ist er Ah, kann jetzt sein, dass das Flugzeug dann erst landet Wenn wir das hier eingestellt haben Alles Könnte sein, oder? So Und Nummer fünf Sehr cool Haben wir geschafft Juhu So Landet das Flugzeug jetzt, oder? Nö Doch, da kommt's Ja Aber 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 Ganz schlecht Animiert Ne Ah, das Das war Ist ja wohl Echt schlecht Animiert Ey Die geben sich so viel Mühe Ne Und dann Das war ja wohl Hardcore Kann ich damit auffliegen? Nö Hab's nur kaputt gemacht Gut So, hier sind Arbeiter Die wollen irgendwas von mir Der hier Äh, ja komm Jukebox Wir haben sowieso Millionen über Millionen Steine Ja, dann haben wir das auch schon mal erledigt Was soll der Geiz, Freunde Wir schauen uns jetzt aber erst einmal um Ja, Freunde Wir fliegen einmal eine Runde hier Damit ich ungefähr mal sehen kann Ja, was ist das überhaupt hier, ja? Welt das A-Team Ja, das habe ich mittlerweile auch begriffen So, hier haben wir ein Containerschiff Das hätte ich auch selber rausgefunden noch Hier gibt einige goldene Steine, muss ich sagen So, hier sind die Docks Das ist eine Pylone Wohnwagensiedlung, okay Ich auch jetzt Hier kann ich zum Beispiel nicht durchlaufen Ey Ich bin doch gerade da drinnen gewesen Ihr habt's doch gesehen Ihr habt's doch gesehen Na gut, egal So Ähm Hier muss irgendwo einer sein Der mit mir reden will Weil er eine Aufgabe hat, irgendwo Oder auch nicht Oder auch nicht, okay So Nervenklinik Kann ich da rein? Tatsache Okay Ich weiß doch nicht Wenn ich hier in der Nervenheilanstalt Für ganz besondere Fälle Was mich davon ablenken könnte Fantastisch Nächstes Level Juhu Hey Lass das Ich hab fast den Boss erreicht Mist, ich wollte das kaputt machen Ey, so ein Mr. How Als nächstes folgt eine brandneuer Folge von Reiten die Ranger Fantastisch Juhu Reiten die Ranger Lass uns reiten Okay, wir mussten den da Von dem Computer Wegholen Von dem Der Bimo Und ich hab den B-b-b-b-b-Bimo Am Start though Jetzt können wir mal gucken Was der Bimo So kann Der hätte die Midway Arcade Maschine Änd nicht gebracht Oder was Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Ich krieg die ja nicht kaputt. Hä? Ich kann ja draufhauen, wie ich will. Alter, raff ihn nicht. Ist mir zu hoch. Dafür bin ich zu doof. Ach so. Hier sind kleine Spinnen. Ah. Ach so. Okay. Woher soll ich das denn wissen? Ich kann hier nicht fliegen. Das ist viel schlimmer. Das ist viel dümmer. Ja, ich schaff's sowieso nicht mehr jetzt. Das ist ja ein doofe Spiel. Aber ohne Scheiß. Da hätt's die Midway-Arkade-Maschine nicht getan. Ihr wisst, was die meinen? Ihr wisst, was die meinen, ne? In meinen Augen hätt's die auf. Voll und ganz getan. Locker sogar. Locker. Ah, die Steine werden wieder mehr, wenn ich welche einsammel hier. Du kannst mich sowieso nicht zerstören, Mann. Ich bin Supergirl. Kannst du machen, was du willst. So, eine Spinne fehlt noch. Da ist er. Schnapse dir. Juhu. Hey, du hast meine Punktzahl geschlagen. Nie schlecht. Gar nicht schlecht. Okay. Ach so, jetzt muss ich auch noch selber drücken hier. Das gab's doch vorher auch nicht. So, das ist repariert. Jetzt brauche ich jemanden, der Elektronik kann. Wo ist er? Wo ist er? Mein ACU-Typ. Tatsächlich liegt er hier nicht. Und ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. So, das geht natürlich nicht. Das ist natürlich toll. Jetzt habe ich keinen hier, der Elektronik machen kann. Und ich weiß nicht, wo mein ACU-Typ ist. Das kann nicht wahr sein. So. Freunde, da haben wir ihn. War nur eingepackt gewesen. Den habe ich vergessen. Als einzigen. Könnt ihr euch das vorstellen? Hammer, oder? Ich habe auch gar nicht dran gedacht. So, mach auf. Ich will das goldene Steinchen. Vielen Dank. So. Wir hauen ab. Wir haben ab hier wieder. Und schütt. So, wir wollen uns doch weiter umschauen. Ja, jetzt waren wir in der Nervenklinik gewesen. Haben ein Containerschiff gesehen. Schiffsdocks haben wir gesehen. Ah, ein Flughafen haben wir gesehen. Flug- und Landebahn. Jetzt sind wir in Los Angeles Downtown. Das ist doch auch wunderbar. Hier können wir etwas aufbauen. Irgendwo. Hier. Die Empfangshalle des Wohnhauses. Okay. Hier ist das rote Steinchen. Wo ist es? Wo ist es? Ja, das ist es. Jawoll. So, super. So, hier ist auch nochmal irgendwo. Hier vorne ist das schon bei dem, ja? Noch ein Campingplatz. Mein Gott. Erst Wohnwagensiedlung, jetzt Campingplatz. Meine Güte. Ah, ja. Diese Typen lassen selbst schmierige Motels schlecht aussehen. Ich weiß nicht, wer... Amy Allen, okay. Eine Motorradgang wurde... Die Biker... Äh, nein. Nehmen wir es später an. Ich möchte mich erst umgucken hier, die erste Folge. Ich möchte mich erst umschauen. Eine BA-Van, das? Sollte, oder? Ich würde sagen, sollte. Kann er. Kann er. Ey, ey, du kannst das, ehrlich? Ah, der auch. Okay, nee, wir nehmen mal lieber den hier. Ah, der auch. Ah, ja. Abby. Wo bist du? Abby? Achso. Abby ist ja die Einzige, die das hier machen kann. Das habe ich im Handumdrehen raus. Nein! Oh, ist das schlecht. Oh, ist das schlecht. Verkackt. Oh, ist das schlecht. So. Guck mal, hier kann man sogar durch die Fenster gucken. Wer macht er denn da? Der da oben sitzt auf der Couch. Was machen die denn da? Die schlagen einfach die Luft. Warum? Warum machen die das? Verstehe ich nicht. Ist cool, Luft schlagen oder was? Luftlöcher. Verstehe ich nicht. Ja, deswegen bauen wir jetzt die Brücke. Kommt da wieder Wasser da durchgeflossen? Natürlich nicht. Alter, ich kriege dich einmal hin, hier vernünftig mal reinzulaufen. Schon echt armselig. Okay. Ja, Freunde, ne? Ich würde sagen, damit haben wir ja schon ein bisschen was gesehen. Was ist hier oben schönes? Wo bin ich hier? Anscheinend nirgendswo. Hier ist ein Fluglandeplatz, ein Hubschrauberlandeplatz. Ja, okay. Gut, Freunde, damit haben wir uns jetzt mal, ähm, ja, die ganze Folge mal hier ein bisschen umgeschaut, würde ich sagen. Und dann in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall anfangen, die ganzen, ähm, ja, goldenen Steine zu sammeln, zu suchen, zu finden und so weiter und so fort. Na, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ne? Ja. Ja, Freunde, machen wir, alles klar. Ich bin raus, danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch, ob es euch gefallen hat. Abo dalassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann, Freunde, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns nächste Folge wieder. Also, habt noch einen schönen Tag, vielen Dank, haut rein. Ich weiß nicht, wofür das ist, aber, ja gut, ist ja gar nicht. Peace. So, Freunde, fertig, fertig, das Ding ja hier, jawoll. Ja, einige Steine noch über, aber es kommt ja auch noch die Ecto-One, die noch dazu gebaut werden muss. Ähm, ich würde jetzt aber mal eben schnell...